Hello ihr Lieben, hier, hi, hello ihr Lieben, herzlich willkommen, hast du den Gong nicht gehört oder was? Herzlich willkommen ihr Lieben, ihr wisst wieder vorspulen. Ich werde das wahrscheinlich die ganze Woche nochmal ansagen, dass ich die letzten Privatlegungen erstmal auf unbestimmte Zeit nur noch für den Juli lege. Wer gerne eine Privatlegung haben möchte, der darf sich bis zum Juli bei mir noch melden. Die Infobox aufklappen, dort steht die Adresse, meine E-Mail-Adresse und auch hier, ich weiß, ihr könnt es bald nicht mehr hören, aber ich habe immer das Gefühl, dass es dann, es ist ja nicht jeder so auf ein Video fixiert, sondern klickt vielleicht heute erst das Video an und die letzten zwei nicht. Und deswegen nicht, dass dann im Hintergrund kommt, oh machst du Privatlegung und das will ich so ein bisschen vermeiden, dass es wirklich so ein bisschen in die Runde geht, dass man da nicht in der Not ist oder im Druck immer antworten zu müssen, nein, ich pausiere jetzt gerade erst mal auf unbestimmte Zeit und deswegen hoffe ich, dass es diese Woche noch bei jedem ankommt. Jetzt ist natürlich die Sache, es verschiebt sich wahrscheinlich, dass ich innerhalb von 24 bis 48 Stunden die Privatlegung nicht mehr einhalten kann in dem Zeitraum, weil ich will mich nicht unter Druck setzen, es soll ja trotzdem keine Massenabfertigung werden. Und es soll trotzdem jeder so die Zeit kriegen, ich muss mich auch vorbereiten und seht es mir da so ein bisschen nach, dass es vielleicht eine Wartezeit von drei, vier Tagen geben kann. Sonst war ich immer so 24 bis 48 Stunden. Ich habe ja jetzt auch nicht nur Privatlegungen gelegt oder habe dann am Tag sechs, sieben Legungen gehabt, um Gottes Willen. Ja, also da hat man sich dann auch schon zurückgenommen, aber dass ihr das einfach nur Bescheid wisst. Die aktuellen Privatlegungen waren bei 150 Euro, weil sowieso sehr viel abgeht und weil ich da auch fast 70 Minuten wirklich sehr viel rein interpretiere, um wirklich den Kreis zu schließen, um zu sagen, okay, ja, das ist jetzt gerade so. Und bin mit 30 Euro Rabatt runtergegangen für diese Aktion jetzt einfach nur. Habe ich auch gesagt, bin eigentlich kein Fan von, aber ja, dadurch, dass es jetzt das Angebot ist und irgendwie kann man ja auch mal was zurückgeben in der Form. Ansonsten, ihr lieben Kanalmitglieder, ihr wisst ja, dass ihr wirklich monatlich kündigen könnt. Es wird wahrscheinlich auch da ein bisschen rar werden. Ich probiere mindestens zwei Videos in den Bereich reinzustellen, weil das bin ich euch auch schuldig. Wenn ihr da schon einen Mitgliedsbeitrag zahlt, dann halte ich mich natürlich dran. Aber es ist jetzt gerade so ein bisschen, na komm her, jetzt dreht sie wieder durch, ein bisschen Zeitverzögerung. Seid mir da nicht sauer, aber ihr könnt auch kündigen, ja, kein Problem. Okay, wir starten. Ey, erstmal herzlichen Dank. Ich bin ja völlig erschlagen. Ich dachte mir so, die letzten zwei Videos, was ist denn hier los? Entweder kommt das mit der Kombination Kippa und Tarot sehr gut an, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass Kippa und gerade so Zigeunerkarten sehr tief nochmal die Situation beschreiben könnten, gerade kollektiv. Liebe ich das sehr. Und ich habe immer gedacht, das wird so, mag ich nicht, ja. Ich liebe auch Tarot, keine Frage, aber ich habe gestaunt so, was ist denn jetzt los? Kann natürlich sein, dass das Video jetzt hier völlig wieder nach unten geht, aber wenn es so ist, dann ist es einfach die Energie, die so nicht eintrifft und ich freue mich, dass es so viele erreicht hat. Das wollte ich sagen, wo ihr gesagt habt, der Prozess, der ist eins zu eins auf euch zu legen, ja. Also fand ich ja Bombe. Ihr Lieben, wir gongen wieder ab. Dankeschön. Einige haben auch Cassie gratuliert, gestern am 7.7. war das süß. Also ich habe es jetzt hier nicht für nötig gehalten, an die Glocke zu hängen, ja, weil das mache ich ja bei Omi auch nicht und das wäre auch nicht gerecht. Aber Dankeschön, dass sich einige das behalten haben, dass Cassie gestern Geburtstag hatte. Sie hatte einen leckeren Leberwurst-Teller, den sie sich mit Omi teilen durfte, ja. Auf einer Schleckmatte und auf einem Teller. So, die freche Maus, die immer noch in der Pubertät steckt, ist jetzt ein Jahr. Pass auf, ihr Lieben, es geht um das Vertrauen fördern. Machen wir es mal auch richtig rum. In der Gesamtenergie geht es darum, dein Vertrauen bitte zu fördern, weil es wahrscheinlich, wie so oft, sehr stark gelitten hat, ja. Vertrauen fördern. Heute suchen wir euch mal wieder als Frau raus. Euk merkt schon wieder meine Stimme, bitte nicht, ey. Hauptperson, reiches Mädchen. Ja, wo bist du denn? Hast du dich schon versteckt hier? Es tut mir leid. Könnt ihr euch wieder eine Stolle machen? Ne, hier seid ihr die Hauptperson. Da ist es. So, ich mache mal ein bisschen näher, weil Cassie hat wieder Langeweile. Die kann ich immer nicht, wenn alle aus dem Haus sind, hier einfach draußen lassen. Vertrauen fördern. Hauptperson bist du. Vergangenheit. Legen wir mal ein bisschen auf. Entweder fällt es raus oder ich stoppe dann und sage instinktiv, nee, ich ziehe jetzt die Karten. Was war hier die Ursache für dein Vertrauen fördern? Muss ja ein großes Thema gewesen sein. Ein reiches Mädchen. Auf jeden Fall hast du dich in der Zeit wirklich sehr glücklich gefühlt, ja. Sehr glücklich gefühlt. Oh, bis dann die traurige Nachricht kam. Ausgang. Ade, ja. Gute Nachricht war wahrscheinlich nicht mehr im Ausgang der Liebe, sondern es kamen traurige Nachrichten auf dich zu. Der gute Ausgang in der Liebe, irgendwas ist jetzt zerbrochen, wie so oft, ja. Aber du hast dich sehr bereichert gefühlt, sehr reich an Liebe, ja. Und die traurige Nachricht kam dann mit dem Ausgang. Auch hier wieder die Veränderung, in die du reingezwungen wurdest wahrscheinlich. Hier ist dein reicher guter Herr. Ihr wart ein Pärchen von reiches Mädchen, reicher guter Herr. Geschlechter müsst ihr euch natürlich dann so passend machen, wie es war. Ihr wart ein gutes Team, ein gutes Paar. Aber dieser Mensch hat die Veränderung reingebracht, ja. Das liegt bei diesen Menschen. Ich würde fast mich jetzt übers Brettchen legen und sagen, es geht hier um eine Verbindung, die auch andere sämtliche Verbindungen nicht übertoppen konnten. Ja, das ist so dieses reich fühlen, Emotion, eine Bindung, die du vorher noch nie so hattest. Und auch dieser Mensch im Gefühl mit dir hat hier von dir sehr, sehr viel mitbekommen, sehr viel beschenkt auf eine andere Art und Weise, ja. Oh, wartet mal, ey, die macht mich ja sch... Ey, dieses Kind raubt mir die Nerven. Ein Jahr alt und wird immer schlimmer. Ja, es war hier eine wirklich sehr... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, von Energie. Ein reiches Mädchen, ein reicher guter Herr. Ja, es ist einfach Schlag auf Schlag, ja, bombastisch. Das war nicht so eine Energie, wo man sagen könnte, das hält wirklich für ewig, sondern ihr habt euch sehr viel ausgetauscht, sehr viel gegeben, ja. Ihr habt euch reichlich beschenkt. Und dieser Mensch hat trotzdem die Veränderung oder diesen Bruch für die traurigen Nachrichten hier eingeläutet. Wir haben hier auch unverhofftes Geld. Entweder habt ihr auch wieder mit Regelungen zu tun, die das Geld betreffen. Zu viel das guten Reich beschenkt. Vielleicht stehen hier bei einigen noch so Verhandlungen aus. Das kann ja sein, wenn ihr wirklich verheiratet wart. Es war aber auch hier eine längere Verbindung, ja, beziehungsweise eine sehr intensive. Und auch wenn diese intensive Verbindung schon ein bisschen länger her ist, wird sie dich wahrscheinlich auch selbst aus der Vergangenheit bis hierhin verfolgen, weil dieser lange Weg nimmt einfach kein Ende. So würde ich heute diese Situation beschreiben. Diese Bindung nimmt einfach kein Ende von deinem Gefühl, ja. Du denkst und läufst und versuchst zu verstehen, deine Impulse wahrzunehmen. Du findest aber irgendwie nicht das Schild, ja, wo es rausgeht. Es endet einfach nicht. Du hast das Gefühl, du musst nochmal diese Strecke laufen und du kommst einfach nicht von dieser Energie weg. Wir haben auch wieder so, dieser lange Weg ist bestimmt, ja. Man hatte hier alle Mächte entzogen. Du bist emotional entmächtigt worden. Du hast das Gefühl, du kannst überhaupt nicht mehr über dich beherrschen. Vielleicht wurde auch wieder in etlichen Teilen über dich beherrscht. Es kann natürlich für manche Berufsangaben auch wirklich jemand sein, der sehr viel Bestimmung in seinem Beruf hatte und auch bestimmt aufgetreten ist, ja. Vater kann immer sein, sehe ich aber heute nicht als Hauptpunkt. Das ist einfach auf diesem Weg, hast du das Gefühl, dieser Mensch, der lässt einfach nicht von dir los, der verfolgt dich, ja. Du möchtest einfach dieses Gefühl wieder haben, ich möchte raus. Dieser Weg ist ja eine never ending story, ja. Dieser Mensch verfolgt mich, auch wenn Prozesse noch laufen, auch wenn Gerichte hier noch dahinter stecken. Diese ganze Geschichte, diese ganze Prozedur nimmt dich mit, ja. Und du hattest auch, als diese Veränderung kam, das Gefühl, es hört einfach nicht auf. Egal, was dieser Mensch macht, umso fester hängst du fast an diesem Menschen, ja. Obwohl du wusstest, es ist verkehrt, sich an jemanden zu hängen, der dich hier total übermannt, der die Richtung vorgibt, wo du zu laufen hast oder wo lang du zu laufen hast. Sag mal, ey, hast du sie eigentlich noch alle? Also Aufmerksamkeit hochziehen. Diese, diese komplette, dieser komplette lange Weg, ja. Der ist, schon fast hast du das Gefühl, dir läuft hier so ein Schatten hinterher. Jetzt natürlich nicht bildlich gesprochen, aber du möchtest dir einfach diese übermannende Energie loswerden, ja. Weil du willst aus diesem Weg frei raus. Und die Karte, die zeigt auch wirklich so in dieses Bild, als ob diese Kurve in dem Schatten wie so extra Runden macht, ja. Also die führt nicht direkt zu dir. Das, was ich dir zeigen will, was ihr ja nicht seht hier gerade, um das mal bildlich zu zeigen, dieser Weg führt einfach wieder eine neue Runde, ja. Und so fühlst du dich einfach auch in der Vergangenheit. Statt dass mal hier rausgehen würde, zu dir, hast du das Gefühl, du schlitterst dir irgendwie immer vorbei und kannst mit der Vergangenheit nicht abschließen, ja. Was dir unheimlich schwer fällt, du sehnst dich nach diesem Abschluss, nach diesem, baut den Weg endlich anders, ja. So nach dem Motto, baut diesen Weg endlich anders von der Energie. Lass mich endlich wieder frei sein, lass mich selbst bestimmen. Du hast genug über mich bestimmt. Kräfte zerrend, ja. Kräfte zerrend, ähm, schon fast anmaßend. Du hast das Gefühl, es ist anmaßend, dass du überhaupt an diesem Punkt bist, dass du überhaupt für diesen Menschen noch so denkst, ja, oder so fühlst. Du hast das Gefühl, du hast wirklich die Kontrolle hier verloren über diesen Weg. Der Weg, der führt dich ins Nirvana, ja, ins Nirgendwo. Bitte lass los, ja. Lass endlich los von mir. Vielleicht auch, was willst du von mir? Auch wieder so enttäuschte Wutsätze. Warum, ja, warum sprengt da jemand nicht seine Energie weg und hängt dir immer noch im Nacken und dreht da Ehrenrunden? Immer wieder, die Vergangenheit, die dreht sich immer wieder im Kreis, ja. Wir machen mal noch eine Karte, ja, das ist die Hauptperson, ja, dein Gegenstück. Also das ist wirklich sehr fest. Das dreht sich immer wieder im Kreis und du hast das Gefühl so, sag mal, äh, wann komm ich hier raus, ja? Befreit mich, so nach dem Motto, wirklich oft mal zu Hilfe schreie. Ich werde mal mit Christine Lau so ein bisschen reingehen in die Schatten und Licht, je nachdem, was rauskommt. Die Selbsterkenntnis wird dich aus diesem Weg vorbereiten. Ja, du brauchst wieder die Selbsterkenntnis und, ja, die Vergangenheit, das Vergangenheitsthema, ja. Das hatte ich schon, ähm, nicht jetzt, um mich hier zu loben, aber es macht für mich Sinn. Ich habe das Gefühl, die Vergangenheit hört nicht auf, ja. Und da kommt wirklich als Schatten die Vergangenheit raus, als ob sich das immer wieder dreht. Lustigerweise haben wir hier lauter Uhren und du hast wirklich das Gefühl, kein Zeitgefühl mehr zu haben. Von der Zeit denkst du vielleicht, sag mal, wie lange noch? Es dreht sich alles, du kannst auch die Zeit nicht mehr einordnen. Und das, was du daraus mitziehen kannst, ist die Selbsterkenntnis. Was hast du selbst erkannt in der Vergangenheit? Und da gehen wir jetzt rein. Warum hatte ich dieser Mensch, da gehen wir ja noch mit Tarot rein, aber warum hatte ich dieser Mensch hier so, ähm, dominieren dürfen mit der Energie, ja? Warum hält dich dieser Mensch fest? Wir gucken mal, worauf du guckst, was aus deinem Kopf kommen könnte. Und ab diesem Zeitpunkt stoppe ich jetzt gleich, wenn nichts rausfällt. Sonst sitzen wir nämlich noch morgen hier. So, hast du jetzt auch die Position, schön. Gericht. Du machst dir hier Gedanken über die generelle Entscheidung oder wirklich über Sachen, die noch nicht ausgestanden sind, ja? Vielleicht besitzt du auch Sachen noch aus der Vergangenheit, die du halten musst, die du vielleicht nicht mehr halten kannst. Es könnte auf jegliche Energie hier raufpassen. Ähm, man hat dich hier gelingt, weil du musst dein Vertrauen fördern. Du musst wieder in die Selbsterkenntnis kommen, dass du vielleicht auch zu viel abgegeben hast von dem, was du für dich hättest behalten müssen, ja? Du hast zu viel Kontrolle vielleicht auch deinem Gegenüber abgegeben. Das musst du dir, äh, energetisch, intuitiv auch wieder zurückholen. Die Selbsterkenntnis steckt da drin, ja? Du guckst dir wirklich in diesem Weg. Am besten wäre es, sich daran zu halten, warum gab es diese Entscheidung. Warum gab es diese Entscheidung, warum muss es noch Entscheidungen geben? Es gab diese Entscheidung, weil du sonst nicht vorwärts gekommen wärst, ja? Oder es gibt diese Entscheidung noch. Die Freiheit steht hier bevor, ja? Wenn du irgendwas loslässt in der Vergangenheit. Du musst die Erkenntnis, deine Selbsterkenntnis, die wir hier im Licht hatten, bekommen, dass du den Schatten und die Vergangenheit selbst loslösen musst. Du bist dafür hier verantwortlich. Vertraue darauf, dass der Weg so gekommen ist, wie er kommen sollte. Es steckt nicht nur Böses hier drin, sondern auch wirklich sehr viel Selbsterkenntnis, auch wenn vieles nicht schön war. Aber du hast dich selbst in der Vergangenheit hier irgendwie verloren, ja? Du hast da deinen Ruder abgegeben, deine Kontrolle verloren. Aus Vertrauen. Aus Liebe. Aus diesem, was ihr euch in... Es muss eine spezielle Beziehung gewesen sein, ja? Du als reiches Mädchen, reicher, guter Herr, ihr habt euch irgendwie... Ich will fast sagen, fast alles ausgetauscht, ja? Alles, was es gibt. Von der tiefsten Seele bis hin zum höchsten Geist. Ihr habt euch irgendwie alles sehr stark ausgetauscht, ja? Von Anfang, wahrscheinlich nicht bis Ende. Aber deine Selbsterkenntnis ist hier zu erkennen, wie lange willst du dich selbst noch gefangen halten? Warum schafft es jemand, dich gefangen zu halten mit Entscheidungen, ja? Die Entschiedenboden. Auch du darfst Entscheidungen annehmen und auch tätigen. Es muss hier eine Schnittstelle rein, die du wirklich mit der Vergangenheit und deiner Gegenwart und Zukunft abcutten kannst. Du hängst hier sozusagen noch selbst in deinem Vertrauensmissbrauch drin, ja? Schon fast zu dir selbst. Du hast selbst manchmal durch die ganze Sache das Gefühl, ich kann mir selbst nicht mehr vertrauen, was ich hier mache, wem ich traue. Wie konnte das passieren, ja? Du hast hier wirklich sehr stark mit dir selbst zu tun und traust dich schon fast gar nicht mehr, irgendwie Entscheidungen zu machen in deinem Leben, weil du Angst hast, es wäre die Falsche. Dein Vertrauen fördern, ja? Deine Selbsterkenntnis daraus ziehen. Es muss hier ein Grund vorliegen, warum du es eh nicht halten konntest, ja? Da hättest du dich auf den Kopf stellen können. Du musst dich hier befreien von diesen Entscheidungen. Warum diese Entscheidungen waren, komm hier einfach bitte wieder raus und befreie dich von diesem Weg selbstständig, weil du ihn irgendwo mitläufst, ja? Es ist kein Vorwurf, aber du läufst diesen Vergangenheitsweg immer noch mit, weil du dir immer wieder die Frage stellst, wie konntest du diesen Menschen vertrauen? Warum konntest du der Situation vertrauen, ja? Noch zu viele W-Wörter, warum, wieso, weshalb in deiner Vergangenheit auf dem Weg. Als ob du immer noch auf der Suche bist, ja? Und dieser Mensch schafft es auch energetisch irgendwie oder auch immer wieder mit seinem Dasein in verschiedensten Formen, dich dort zu halten, ja? Du musst dir selbst wieder dein eigenes Vertrauen zurückgeben. Die Selbsterkenntnis daraus. Ja, hier dreht sich immer wieder alles um seine Gedanken, ja? Oder um die Gedanken der Hauptperson. Du hast dich selbst gefangen. Du musst hier raus. Es muss den Tag geben, wo du sagst, es ist mir egal, was dieser Mensch denkt. Es wurde ja entschieden. Es wird so entschieden werden, wie es sein soll. Es wird irgendwann Rat des Schicksals kommen für jeden. Aber du hängst hier wirklich auf dem Weg fest. Und ich muss fast sagen, als ob aber auch dieser Mensch auf diesem Weg deine Gedanken gerne hätte, ja? Aua, Mann, das hat wieder nicht gefallen. Ihr steckt beide in den Gedanken in unterschiedlichster Art und Form. Und auch ihr beide werdet gleichzeitig in der Vergangenheit hier drin stecken. Auch dein Gegenüber, obwohl man gegangen ist. Man hat hier irgendwas. Ihr seid beide mit irgendeinem Vergangenen verbunden. Für dich wäre es natürlich schön, wenn du dich wirklich jetzt befreist aus dieser gefangenen Situation, ja? Und die Gedanken, warum entschieden wurde, was entschieden wird, versuchen, habe wieder Selbstvertrauen, ja? Dann lässt sich wahrscheinlich der größte Teil auch mit Schmerz noch lösen. Wir haben, ja, hier, guck mal, Geschenk bekommen. Wenn du das schaffst, dann wird sich wahrscheinlich deine Ansicht sehr schlagartig drehen, ja? Weil du dieses Vertrauen wieder in dir bekommst. Du setzt dein Vertrauen auf dich in diesem Moment. Du wirst dieses Geschenk bekommen, wahrscheinlich, weil du an Freiheit gewinnst und auch wieder diesen Sinn dahinter verstehst. Wie wäre die Situation, wenn du heute noch bei diesem Menschen wärst? War es sehr viel Kummer, war es sehr viel Leid, was ihr beide gehalten habt, was du halten wolltest, weil du dich überzeugen wolltest? Es könnte auch sein, dass du hier wieder sehr stark in der männlichen Energie gelegen hast, ja? Weil dieses zieht oftmals Menschen an, wenn man selbst sehr männlich stark funktioniert. Das heißt, pass auf, auf deine Weichenanteile. Da spielt es jetzt gar keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du brauchst diesen Ausgleich, ja? Und der Vertrauen hat der Vertrauen. Das Vertrauen hat auch wirklich sehr viel mit weiblichen Energien zu tun, ja? Die dir irgendwie abhandengekommen sind oder auch schon da waren, bevor du diese Bereicherung bekommen hast und auch dein Gegenüber die Bereicherung für dich selbst, ja? Was ich sagen will, du wirst ein Geschenk bekommen, was du an dich selbst machst. Das ist ein Selberbeschenken. Ein eigenes Selbstgeschenk, damit du wieder in die Stabilität kommst und auf dich bauen kannst, ja? Diese Erdung wieder findest. Du weißt, dass du dir selbst vertrauen darfst, solltest und kannst. Es muss hier wieder standhaft gemacht werden. Du kommst aus dieser Befreiung, aus dieser Zelle, aus diesem Gefängniszustand, der dich hier fängt, ja? Ohne Raum und Zeit, könnte man sagen. Ohne Raum und Zeit. Aber das ist der Verdienst, wenn du es schaffst, da rauszukommen. Vertraue bitte auf dich, auf das, dass es so kommt, wie es sein soll. Dass jeder das bekommt, was er verdient hat. Aber konzentriere dich auf deinen eigenen Wert wieder, damit du hier trotzdem stabil die Realität aufrechterhältst, ja? Und dich nicht in Illusionen oder in Vergangenem weiter auslebst, ja? Das ist nicht mehr da. Und das sollte wahrscheinlich auch nicht mehr existieren. Es hat ja einen guten Grund, ja? Auch wenn er wahrscheinlich nicht schön war, den zu erleben. Aber es hat ja einen guten Grund, warum es dazu gekommen ist, weil wahrscheinlich sehr viele Vertrauensmissbräuche stattgefunden haben, ja? Es würde hier, wenn du dich schaffst oder wenn du es schaffst, sein Vertrauen wieder zurückzubekommen, dass alles so kommt, wie es richtig ist. Ein Mensch rein, der vielleicht jetzt schon an deiner Seite ist, der dich vielleicht in Sachen unterstützen wird, die geregelt werden müssen, im notariellen Kram, im notariellen, im noch Zustand, aber im notariellen Kram. Ja, könnte ein Anwalt sein, könnte ein guter Kumpel sein, könnte ein Bruder sein. Hier wird jemand auf dich zukommen oder es wird jemand zurückkommen, mit dem du wieder ein gutes Verhältnis aufbauen kannst, der vielleicht auch vergessen und liegen gelassen wurde, weil ihr oder du die Vergangenheit einfach aufleben lassen habt. Du bist irgendwie nicht über die Schwelle in die Gegenwart zur Zukunft reingekommen, ja? Du siehst, die Zukunft war für dich irgendwie nicht da. Die Gegenwart hast du verhindert, indem du dein Schattenleben in der Vergangenheit gelebt hast, die ganze Zeit, weil du vom Weg nicht abkommst, ja? Da hast du das Gefühl, so, sag mal, ich stecke hier immer noch fest in diesem Film, in dieser Energie. Manche beschreiben es als falsche Matrix, wo ist mein Übergang, ja? Irgendwie siehst du alles anders als die anderen. Mach dir hier keine Gedanken, bekomme wieder dein Selbstvertrauen. Hier ist eine Hilfe an deiner Seite, ja? Wenn du das schaffst, dein Selbstvertrauen, dass es schon gerecht wieder abläuft, es wird zugespielt, was zugespielt werden soll, auch wenn du dich fragst, warum ich. Die Klatsche kriegen wir alle, ja? Also ist ja so. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der sagen könnte, mir ist noch nie was Schlimmes passiert oder noch nie habe ich Ängste ausgestanden. Noch nie ist was anders gekommen, als ich es wollte. Damit muss man rechnen und es hat seinen guten Grund, dass es nicht so kommt, ups, wie man es gerne hätte, ja? So, ich stecke auf. Hier, du schwächelst, ja? Du schwächelst. Es könnte sein, dass es dich kurz Kraft kostet. Wir haben hier die kurze Krankheit. Oder Sorgenkoma jeglicher Art. Es muss jetzt auch nicht einen Gesundheitszustand darstellen. Es ist hier aber jemand an deiner Seite, der das regelt oder Anträge für dich macht, etc. pp. Hier gibt jemand Druck, ja, dass du vorwärts kommst. Hier ist eine Unterstützung einfach zu sehen. Es kann ja auch sein, dass du irgendwas Vorstehendes hast, wie Reha-Therapie, irgendwelche Sachen. Hier ist jemand, der setzt sich für dich ein, der legt sich ins Zeug. Ansonsten sind es emotionale Tiefpunkte, wo dieser Mensch für dich da sein wird. Und schon kommst du hier an, ja? Wenn du es annimmst, wird für dich auch jetzt das Glück regnen. Wir haben hier den Diebstahl. Pass mal auf, was hast du erkannt? Okay, dein inneres Kind wurde beleidigt und verletzt, ja? Alles liegt in der Vergangenheit mit deinem inneren Kind zusammen. Das heißt, du bist erwachsen genug, imstande genug zu wissen, du bist ein erwachsener Mensch, Mann oder Frau. Die Person hat man nicht gedemütigt, ja? Diese Person hat man nicht gedemütigt, sondern man hat dein inneres Kind gestohlen. Man hat hier Sachen in der Vergangenheit aufgewühlt und zwar nicht zu wenig. Und man hat dir dein inneres Kind offenbart. Man hat dir die Zeit gestohlen, die du mit Kinderaugen oder mit dem inneren Kindwesen gesehen hast. Die Blockaden, die du vielleicht nicht mehr sehen wolltest, die hat man hier aufgebrochen. Und hier kommt aber großes Glück, dieser Aufbruch oder dieser Ausbruch musste schon fast sein, damit du erkennst, du bestehst nicht nur aus Handeln, Funktionieren, Rumkommandieren lassen oder stark sein zu müssen. Sondern du hast auch noch ein inneres Kind, was du vergessen hast, ja? Das hast du dir nehmen lassen. Das hast du selbst eine Weile nicht mehr beachtet. Und das hat dieser Mensch in dieser Verbindung, die euch betrifft, geraubt, gestohlen. Genau das hat man gesehen, ja? Man wollte sich von deinem inneren Kind ernähren, ja? Weil man wahrscheinlich selbst damit zu tun hatte. Noch eine Karte, bevor wir hier reinsteigen. Es endet gut, ja? Großes Glück, aber du weißt jetzt, woran es liegt. Es wird hier aufgearbeitet. Du kriegst ja auch die Karten auf den Tisch. Es könnte auch sein, dass sich dein Gegenüber hier nochmal zurückmeldet oder zurückmelden muss. Es ist für dich hier gut, ja? Ohne Wenn und Aber. Es ist für dich hier gut. So, eine Akasha-Chronik für dich heute. Das innere Kind wurde dir geklaut, weil man es wahrscheinlich sehr wertvoll hatte. Hier hast du deinen Schatten, ja? Auch nochmal. Du hast im Vergangenen gelebt. Hast dich dort an der Bushaltestelle wieder mal gesetzt. Wann kommt er oder sie vorbei? Alle fahren vorbei. Du hast gemerkt, du musst den Weg laufen. Und immer mehr und immer länger bliebst du in dieser, ja, auf diesem Weg, ja? Statt den Bus zu nehmen und in die Gegenwart oder Zukunft zu fahren. Wir haben hier nochmal deinen Schatten. Stelle dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Und das ist hier die Seelenentfaltung, ja? Mit dem inneren Kind, was dir eigentlich wirklich geklaut wurde. Du hast einen Bezug. Du siehst diesen Menschen als Seelenverbindung, Seelenpartner. Da spreche ich auch gar nichts gegen. Das wisst ihr. Seelenbindung, Verbindung muss ja sein. Sonst wäre er kalt zwischeneinander. Aber es geht ja auch darum, dass du dich selbst wieder zurückholst und deinem inneren Kind wahrscheinlich wirklich sehr viel Liebe gibst. Aufmerksamkeit, das, was vergessen wurde, das, was dich krank gemacht hat, enttäuscht hat in der Kindheit schon, ja? Das, was hier hochgekommen ist in der Vergangenheit durch dein Gegenüber, das könnten Worte sein wie Ungerechtigkeit, ja? Wo du austickst, wo du dir denkst, so schlimm war es doch gar nicht. Aber vielleicht wurdest du als Kind schon ungerecht behandelt oder hast oftmals im Kindesalter schon Ungerechtigkeit abartig gefunden, ja? Es hat dir wehgetan. Hochsensibel, empathisch, wie auch immer mitleidend, ja? All das, was du hier erlebt hast, ist der Ursprung deines inneren Kindes, was man dir hier wieder irgendwie gezeigt hat. Diese Strenge oder dieses Lehren ohne Lehre, ja? Du hast vielleicht das Gefühl gehabt, hier lehrt man dich mit dieser Militärsperson und irgendwie ist da nur für was, ja? Wo kommt man hier vorwärts? Wo kommt man hier vorwärts, außer sich bedienen zu lassen oder auch seine Regeln zu leben? Aber Platz für dich war irgendwie nicht in diesem Plan deines Gegenübers, ja? So könnte man das fast sagen. Werde wieder selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Nimm hier deine Kinderseele, dein Kinderwunsch, würde ich sagen, vielleicht hattet ihr auch einen, ja? Dein inneres Kind wieder bitte an, ja? Das ist wichtig, das wurde dir gestohlen von dieser Vergangenheit, in dieser Vergangenheit vergessen, verlassen, ja? Du musst es annehmen. Da liegt der Schmerz für dich drin, um dein Vertrauen hier wieder zu fördern und zurückzubekommen. Ich wollte gerade sagen, es ist schwer zu verstehen, aber ich sage auch hier an dieser Stelle, verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, gewinnt dann euren Impulsen, Bauchgefühl inklusive Geist, wie auch immer. Und man kann es nur verstehen, wenn das eure Energie ist, sage ich so, ja? Ja, so. Also, wenn du möchtest, ist der Zeitpunkt dafür da, ja? Nach diesem Ast der Stäbe zu greifen und hier wieder Gefühl für die ganze Situation zu entwickeln. Erstmal wieder reinzukommen, Gefühle hochzulassen, zuzulassen vor allen Dingen. Es kann wirklich sein, dass du dich hier komplett mit dem Gefängnis eingemauert hast, weil du einfach nur in den Gedanken steckst. Wir haben hier, ja, es ist die beste Chance, muss ich dir sagen, wir haben auch die Königin der Stäbe zu der Chance, das Zepter jetzt in die Hand zu nehmen. Du solltest hier wirklich vorwärts gucken und auch das Leben dankend annehmen, ja? Nimm bitte das Leben dankend an und geh jetzt rein in deine Fülle. Du brauchst schon fast dein inneres Kind, was dir gestohlen wurde, auch was verletzt wurde in der Vergangenheit oder in deinem Kind sein. Du brauchst das fast, ja, um hier wieder die Einheit zu sein von einer Königin der Stäbe. Das gehört zu dir, das darfst du nicht wegpacken. Du kannst nur Leben mit dem inneren Kind in positiver Form und negativer Form aufarbeiten, heilen, verstehen, warum die Vergangenheit dich hier auch so fest drinsitzen lassen hat, ja? Du darfst hier wieder sehr stolz rauskommen. Die Chance dafür ist da, weil du dein inneres Kind auch wieder annimmst, ja? Es kam ja auch total richtig rum raus, sechste Kälte. Nimm dein inneres Kind hier wieder an, um nach der Chance jetzt zu greifen, um vorwärts zu kommen. Das warst nicht du, dein inneres Kind wurde hier verletzt und hat demnach auch irgendwann nur noch gehandelt, ja? Wo du wahrscheinlich auch oftmals dachtest, du benimmst dich wie so ein Kind. Und auch das könnte euch beide gespiegelt haben, ja? Dass dein Gegenüber hier mit genau der gleichen Situation und genau dem gleichen Gefühl da sitzt. Du hast mein inneres Kind hervorgehoben. Es war weg. Es tut weh. Ihr habt wie zwei kleine Kinder einen Kampf ausgeübt, ja? Einen Streit. Ein Wir-werden-uns-nie-verstehen. Da ist eine Disharmonie. Ihr als Erwachsene schon, aber die inneren Kind-Themen, die haben gegeneinander geboxt, ja? Oder geboxt oder wie auch immer. Hol dir dein inneres Kind wieder zurück. Wo sind die Stellen, dass du hier mit deinem Vertrauen und auch in der Vergangenheit immer noch drin sitzt? Bei deinem Gegenüber ist es... Ihr wisst ja, alles, was ich schaffe zu halten, da geht ja mein Sturkorb auch nicht drüber. Du hast die Chance, hier wirklich stolz zu sein. Dein Gegenüber hat den Stern mit der Wassermann-Energie. Hier kommt was in den Fluss, hier kommt was ins Fließen. Gehofft hat man sich die Situation auch nicht so oder vorgestellt, ja? Man hat was anderes geglaubt. Man hat an etwas geglaubt. Man hat an euch geglaubt. Aber man hatte nur noch gehofft, ja? Es bestand wahrscheinlich aus einem Stopp-Fluss-Stoppen. Man ist hier wieder vor Übertriebenheit, weil man nur gehofft hat und verwechselt oder auch nichts mehr gemacht hat, ist man hier wirklich wieder kopfüber in das Wasser geplumpst. Ich sage das immer so gerne, dass man wirklich die Kraft verloren hat. Man hat zu viel geschöpft, ja? Dass man irgendwann das Gleichgewicht verloren hat. Man hat irgendwie vielleicht auch nur noch drauf gesetzt, aber sehr emotional das Gegenüber, ja? Sehr tief. Das sind vielleicht auch die tiefen, besonderen Verbindungen von euch, von denen ich vorhin mit diesem reicher, guter, herreiches Mädchen, ja? Ihr habt euch hier beschenkt, ein Segen gegeben, aber gleichzeitig auch einen Diebstahl betrieben, ja? In eurer emotionalen Verbindung. Wir haben hier die Selbstliebe. Das Problem hat bei deinem Gegenüber wahrscheinlich wirklich dort gelegen, dass man sich selbst nur geliebt hat. Oder auch als Erwachsener lieben konnte, weil man das innere Kind vielleicht sehr abstoßend fand, ja? Aus verschiedensten Gründen. Du bist hier gegen Selbstliebe, hast du angekämpft. Du hast gegen Selbstliebe angekämpft, ja? Mit fünf der Schwerter, ja? Du hast auch wieder das Gefühl gehabt, hier beschäftigt man sich mehr mit anderen als mit dir. Für die tiefen Sachen warst du gut genug. Aber für die Sachen, wo man... Ja, du musstest vielleicht auch neidvoll anerkennen, dass andere hier eine Energie empfangen durften, die du hättest gerne selbst mal gehabt, ja? Stattdessen musstest du zugucken. Hast deiner Wut freien Lauf gelassen, ja? Hast gedacht, warum lässt man mich hier nicht teilhaben? Warum wird hier alles verdreht? Warum hinterm Rücken? Das ist wirklich so, diese Kinderseele jemand anderen ausbuhen, obwohl man dich interessant findet, ja? Kam gerade so rein. Es ist eine Kindersituation mit dir, so könnt ihr euch das vorstellen. Äh, dich finde ich voll blöd. Und in Wirklichkeit findet ein Kind das genau interessant, bildet aber dein Gegenüber, bildet mit anderen eine Gruppe und hat dich trotzdem im Visier, ja? Also irgendwie kann man nicht von dir lassen. Und das hast du gefühlt, das hast du bemerkt, ja? Du hast gedacht, so, warum kriegen andere hier ihren Jackpot, wenn du hier die Lose empfängst? Für was denn, ja? Was ist zwischen euch passiert? Ihr habt hier einen kleinen Kinderkrieg geführt. Einen sehr wichtigen, ein sehr... Es war mal fast Zeit, dass das passiert, ja? Schlagt mich bitte nicht. Also, dann geht eure Scheibe kaputt. Aber es war sehr wichtig, dass das passiert. Bleibe ich dabei. Weil du warst auch gefangen in dieser Situation, ja? Ihr wisst, ich will euch nur helfen. Und wenn der Impuls einfach auch bei euch ein bisschen Klick macht, ähm, muss ich sowas sagen. Oder raussenden. Ja, deine Selbsterkenntnis. Der Hierophant kommt raus mit der Stierenergie. Du befindest dich im Licht. Und ich sag dir was, weil der Turm hier verkehrt rumkommt. Hier ist er. Dir sollte einiges bewusst werden, oder wird mit der heutigen Legung einiges bewusst. Die Transformation war dort nicht möglich. Es musste zu diesem Zusammenbruch kommen, damit du verstehst, wo eigentlich die Ecken und Kanten liegen. Diese Zusammenbrüche, diese Zusammenfälle, dieses immer wieder Neuaufbau, Neuaufstehen. Du hast das Gefühl gehabt, du arbeitest gegen Mühlen. Und du machst alles, was hier dein Gegenüber sagt, ja? Bestimmt, riskiert. Du warst hier wirklich wie in einem Film. Ich laufe diesen Weg, ja? Ich muss diesen Weg laufen. Ich halte durch. Dieser Zusammenbruch, diese Trennung, musste dazu kommen, weil du dich sonst hättest nie mehr transformieren können, in diesem Zustand zumindest, ja? Wenn du diese Legung einatmen oder inhalieren konntest, dann weißt du, dass es hier diese Stelle, ja? Und es ist nicht dein Frau- oder Mann sein. Damit ist wahrscheinlich alles okay. Es ist hier, du hast gehandelt als erwachsener Mensch mit dem Gefühl eines Kindes, wo die Ursache in der Vergangenheit liegt, auch in der Beziehung oder Verbindung zu diesem Menschen, ja? Und diese Erkenntnis, hoffe ich für jeden, kam jetzt hier raus, dass es wirklich Zeit wird, diesen Stab zu ergreifen, diese feurige Energie zu nutzen. Wir haben jetzt gerade auch die Wasserzeit. Ihr könntet das Feuer löschen, ja? Blitzartig. Und euch die Transformation genauer angucken. Dass ihr den Turm vielleicht auch wirklich von unten nach oben baut, ja? Also jetzt natürlich nur bildlich gesprochen, ja? Dieser Zustand, diese Basis scheint nicht sicher gewesen zu sein. Das Urvertrauen, innere Kind, war nicht in der Standfestigkeit, ja? Auch in der Beziehung nicht. Es stand immer so, dass ihr überleben, überwinden könnt, aber auch genießen, klar. Da wart ihr erwachsen wieder. Alles, was hier in diesen ganz schrägen Prozessen abgelaufen ist, ist in Wahrheit euer inneres Kind, ja? Hm? Ihr Lieben. Ich werde meine Orakelkarte... Was ist hier die Mitteilung? I don't want to be alone. Ja, ich habe ja auch Angst, als kleines Kind alleine zu sein, ja? Könnte auch nochmal so ein Hinweis für euch sein. Ihr hattet beide Angst, alleine zu sein, weil euer kleines inneres Kind hier geweihtet hat. Und nochmal, es geht nicht darum, dass ihr euch wie Fünfjährige benommen habt, aber das Innere vom Fünfjährigen wollte vielleicht raus oder aus der Pubertät, ja? Ihr habt euch mit jemandem hier zusammengetan, der genau so tickt und eine Seelenpartnerschaft hier vereint, ja? Ihr habt hier eure Seele einmal brechen müssen in der Turmsituation, um zur Selbsterkenntnis zu kommen. Es ging wirklich darum, man will nicht alleine sein, ja? Mit dem, was man erlebt hat als Kind. Und generell bezieht sich das dann natürlich im Erwachsenenzustand, ich will auch nicht alleine sein. Alles, aber ich will nicht alleine sein. Und wenn du den Prozess hier verstanden hast, dann ist es nicht deine erwachsene Figur, die hier das nicht ertragen würde, sondern du lebst hier dein inneres Kind in diesem Schmerz, ja? Und deswegen auch ganz schön zu sehen, dass du nicht vergisst, du bist ein gewachsener Mensch, ja? Du bist ein erwachsener Mensch, der hier Phasen durchlebt hat. Du bist eigentlich nicht das, was du fühlst. Aber es wäre schön, wenn du es kennenlernst und zulässt. Aber du darfst deine Richtung auswählen, indem du hier wieder zur Lebensfreude und Passion schreitest, ja? Egal was und wie oft hier was gebrochen wurde, du darfst stolz sein und niemand hat das Recht, dir zu sagen, du kannst auf deine Sache nicht stolz sein. Guck doch mal an die Scheiße, was hast du denn gemacht? Hat keiner, ja? Falls so eine Sätze kommen. Auf was bist denn du stolz? Oh, hört mal auf. Na, das sind ja die, die... Kannst du an der Pfeife, kannst du durchknallen, ja? Ja, gerade die, die das sagen, was haben die mit dir für ein Problem in dem Moment, ja? Dass sie wahrscheinlich doch was sehen, was sie gerne hätten. Alles kleine Kindprobleme, ja? Oder innere Kindprobleme, ihr Lieben. Ja, irgendwann spricht man dann auch so im Alter von zwei Jahren. Alles innere Kindprobleme, ihr Lieben. Dankeschön. Ich bin wieder weg. Danke für euer Anklicken, für euer Vertrauen, für eure Zeit. Habt's... Habt's schön. Ich wollte eigentlich sagen, heute war es mal nicht so lang. Wenn ich weiterquatsche, dann wird es sehr lang. Habt Dank für alles, ja? Ich bin sehr dankbar, auch wenn ich gerade mit den Kommentaren sehr hinterherhänke, aber dadurch mit diesem Julimonat war mir natürlich auch klar, dass da Rambazamba und Stress wird, ja? Ihr Lieben. Tschüssi. Und, ach ja, Mensch, gestern noch Grüße nach Österreich und Wien. War auch sehr süß zu lesen. Meiner Tochter hat's supergut gefallen. Es war alles, also, herrlich, wunderschön. Vom Schnitzel hat sie geschwärmt. Wirklich, vom Schnitzel. Mir ist das Wasser im Mund rausgelaufen, als ich diese fetten Teller gesehen hab, mit einem goldgebratenen, fetten, ey, als ob das auf einer Musterschale lag. Runden Schnitzel, diese fette Zitrone. Und diese Kartoffeln dazu. Und Sacha Torte war auch noch Programm. Mozart-Kaffee. Was hat sie noch? Ach, etliche schönen Brunnen und sowas alles. Ihr wisst selber Bescheid. Dankeschön. Tschüssi.